So, ne kleine Aufnahme hier im Auto, mal ne Runde mit dem kleinen roten Hol unterwegs hier von Ali. Das Ding ist mal wieder der absolute Hammer hier. Hört sich wie ein Panzer das Ding. Mal gucken ob jetzt der Ton besser ist. Ich hoffe ansonsten müssen wir uns so ne neue Hülle kaufen. Ansonsten machen wir jetzt bloß noch einen kleinen Soundtest. Mal gucken wie die Bildqualität bei der Fahrt ist. Filmerad mit 1080p und 60 Bilder in die Sekunde. Mal gucken ob das die Auflösung richtig gut ist. Gehe hier aus bei den teuren Teilen, ja. Wo die Fasen belastet kommen wird. Lass die Fasen, auf die Fasen, bei den Fasen, als die Fasen. Und dann bekämpfen sie vorher verschiedene Fasen. Und dann bekämpfen sie, welche Fasen sind. Das war schon wieder herrlich. Wenn man denkt, dass heute der Männertag ist, dass man noch nicht einen einzigen Fahrradfahrer ist. Ah, hier sind Lufi schon die Arsten mit der Bierpolle. Naja, aber eigentlich hat man Männertag mit Fahrrad, und läuft dann nicht richtig gegen. Das war schon wieder herrlich. Das war schon wieder herrlich. Also, man hat die auch noch mal beenden und mal gucken, wie die Qualität zu Hause aussieht. haut rein